Einen wunderschönen guten Abend. Die Gruft ist jetzt offen. Hey, Sorte Leon hier und heute gibt es für euch auf YouTube hier was Besonderes, denn gestern Abend, ihr wisst es alle, es war Halloween und ich habe es genutzt und einen etwas besonderen, etwas anderen Stream gemacht. Und an der Stelle vielen, vielen Dank sowohl an meine Frau als auch an meine Kinder, die mir das ermöglicht haben und ehrlich gesagt nicht nur ermöglicht, sondern sie haben aktiv darauf hingearbeitet, dass ich das mache. Meine Frau ist für dieses wunderschöne Kostüm und die Schminke verantwortlich und meine Kids haben gefeiert, dass sie mich so gesehen haben. Und ja, demzufolge gab es einen Halloween-Stream auf Twitch gestern Abend und das sind die Highlights davon. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Wir sehen uns am Montag wieder regulär in Tarkov. Bis dahin, macht's gut. Hübsch hießt er aus? Ja, ne? Extra für euch. Wo ist Sorte? Im Suppentopf. Oh. Es ist echt warm hier drunter. Glaube ich. Aber das sieht echt gruselig. Also gruselig, das sieht so komisch aus. Man erkennt so gar nicht, wie du vorher aussiehst. Also normal, weißt du? Das ist echt gut geschminkt. Vor allen Dingen, weißt du, gestern haben wir es schon mal Probe gemacht. Gestern war es schön kalt. Ich habe extra das Fenster hier aufgemacht und die Heizung ist aus, damit es hier drin im Raum kalt wird. Damit ich hier nie so, damit der Rechner nie so feuert und ich sitze hier noch in dicken Sachen und mit dem Ding hier, das ist ja auch noch mal warm. Aber heute, heute ist es warm draußen und demzufolge wird es hier im Zimmer nie sonderlich kühl. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist jetzt spooky. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du kommst mit mir! So. Oh Gott. Man sieht eindeutig, dass diese dunkle Lord-Kostüme und alles damit... Das wurde alles von der Zeit erfunden, bevor es Kopfhörer gab. Sonst hätten die irgendwas dafür gesorgt, dass man das hier ordentlich festmachen kann und draufsetzen. Selbst Kermit musste weichen. Ja, als eine dunkle Gestalt Kermit hinter sich zu haben, ist zwar eine Ehre, aber trotzdem, es schickt sich nicht. Nice, dass du den Spaß mitmachst. Das ist kein Spaß! 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 gut ich gehe mal fix in den seine richtung guckt spieler vor uns muss warten bis er hält läuft ja rum links läuft unter uns granate geht raus ja ich bin hier und mr jaguar und mr sehr ist nothing to see ich dulde keine blasphemie ich bin weder ein panda noch ein sonstiges kuscheltier das muss mir mal klarstellen hier kann ja wohl nie wahr sein man macht ja einer auf gruselig und wird als knulletier verhätschelt und dann stimmt hier ein motto noch ein chris sollte es hier alles gut dem geht's blendend hier zähne sind da alles sollte es vollständig und sieht glänzend aus ehrlich so Das war's für heute. Das war's für heute. Ob das gut ist, wenn man nachts mit einer Lampe draußen rumrennt? Es ist sicherlich nicht überlebensfördernd, aber wenn ich eh schon so einen Helm aufhabe, der leuchtet, ist die Lampe sicherlich nichts mehr, was großartig das Problem verstärkt. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab' Besuch. Zu Halloween. Ich hab' Besuch. 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 Mami, der hat mich angeschossen. Der Tod geht um. Ich hab' Besuch. 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 Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Mir hat's Spaß gemacht. Äh... War riesig. Es waren ein, zwei schöne Rates dabei. Und ich denke mal, Halloween kann man so einen Scheiß mal machen. Na, von daher... Jetzt muss ich erstmal hier raus. Ich hab' Besuch. Ich hab' Besuch.